Herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Wir haben ein brandneues Update bekommen. Gerade um 15 Uhr. Also wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon abends. Und die nächste wilde Woche hat begonnen. Ihr wisst ja, zum ersten Mal kamen die in Season 6 von Chapter 2 rein. Jetzt sterben ich aber. So. Dann haben wir den wenigstens. Also wie ihr gesehen habt, die nächste wilde Woche hat begonnen. Die nennt sich Bogenballerei. Und passend dazu sind auch die alten Bögen wieder da. Ich will euch jetzt gleich nochmal ein bisschen die Details davon erzählen. Und passend dazu wurden jetzt neue Aufträge aktiviert. Die ganze wilde Woche, wie gesagt namens Bogenballerei, findet von dem heutigen Tag 15 Uhr bis zum 1. März 15 Uhr statt. Danach findet eine neue, die zweite wilde Woche statt. Und danach wird die aktuelle auch beendet. Und es gibt auch unterschiedliche Aufträge dafür. Und jeder einzelne Auftrag gibt euch 8.000 Erfahrungspunkte. Insgesamt bekommt ihr also, glaube ich, 40.000 Erfahrungspunkte. Ist schon ordentlich. Also ist nicht ein ganzes Level. Aber ich glaube, die Hälfte von einem Level. Also ich finde diese Aufträge halt ganz normal wie alle anderen Saisonaufträge. Wie mache Kills. Heil dich. Mach das und das. Also einfach typische Kampfaufträge. Wenn man das normale Battle Royale spielt. Oder einfach ganz normal spielt. Und dann kann man das währenddessen machen. Weil die auch, weil diese Waffen dazu häufiger zu finden sind. Und zwar wurden folgende Bögen einmal aus dem Tresor geholt. Also die sind jetzt wieder verfügbar. Der Uhrzeit-Flammenbogen. Das ist ein Bogen, der tatsächlich die Umgebung in Brand setzt. Danach haben wir den Uhrzeit-Stinkbogen. Wenn ihr den abfeuert, wird ihr eine Stinkwolke platzieren oder dalassen. Was auch den Gegnern Tick für Tick Schaden hinzufügt. Danach haben wir den Mechanic-Boom-Bogen. Das ist der Bogen, der beim Abfeuern quasi Granaten mitschleudert. Oder Granaten explodieren lässt beim Aufprall. Und zu guter Letzt wurde auch der Mechanic-Schockfällenbogen herausgebracht. Den habt ihr ja gerade im Gameplay gesehen. Den könnt ihr benutzen, um euch selber wegzuschleudern. Oder besser voranzukommen. Oder vielleicht sogar eure Gegner wegzuschleudern. Für diese Bögen müsst ihr kein Crafting-System benutzen oder irgendwas herstellen. Sondern ihr findet die ganz normal in Truhen. Und das ist glaube ich auch der einzige Weg, sie zu bekommen. Abgesehen natürlich von Gegnern abzunehmen. Falls sie welche gefunden haben. Und ihr könnt auch die passenden Pfeile, die für diese Bögen benötigt werden. Was auch eine Munitionsart ist. In Munitionskisten finden. Aber das Ding ist, diese Bögen oder all die Gegenstände, die in dieser Bogenballerei Wildenwoche da sind. Sind im Moment nicht in den Wettkampffspielmodi. Beziehungsweise in Arena und Turnieren nicht verfügbar. Was verfügbar ist, sind die Spire-Galerien im Kreativmodus. Die wurden schon letztens geleakt. Und ich muss eine Sache bezüglich diesen Spire-Galerien und dem Dorf und den ganzen Objekten was aufklären. In den Dateien wurden einige Strings oder einige Informationen bezüglich dem Dark Tower und dem Zero Point gefunden. Und viele haben gedacht, dass das was mit dem möglichen Live-Event zu tun hat. Aber das bezieht sich nur auf diese Spire-Galerien im Kreativmodus. Das wurde aktualisiert. Das musste natürlich für den Kreativmodus einzeln vorbereitet werden. Und deswegen gab es halt Dark Tower oder Zero Point in den Dateien. Das hat auch der Leaker, der das Ganze gepostet hat, nochmal korrigiert und sich dafür entschuldigt. Es gibt zwar keinen neuen Skin jetzt im Itemshop. Dafür eine neue Lackierung und zwar Puffer. Ich finde die eigentlich mega schön gemacht. Die sieht auch sehr, 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 sehr scharf aus. Müsste ich mal austesten, würde ich auch empfehlen. Denn 300 V-Bucks ist, glaube ich, eines der besten 300 V-Bucks kostenden Lackierungen. Wirklich mega nice gemacht. Und vor allem am Ende gibt es auch andere Farben, anstatt das nur knallrot zu machen. Monarch ist noch hier DC. Ich denke mal wegen der Peacemaker-Serie. Hat jetzt ein Comeback gemacht. Viele, viele DC-Items sind jetzt da. Nicht alle, aber die meisten davon. Wir haben jetzt vier DC-Shop-Tabs. Einmal mit Rebirth Harley Quinn. Harley Quinn, ganz normal. Flash, Beast Boy, Wonder Woman. Danach haben wir den gepanzerten Batman Zero. Uncharted zählt jetzt nichts dazu. Und die ganzen NBA-Sachen sind auch geblieben. Silk Sonic ist tatsächlich immer noch hier. Keine Ahnung, warum die es jetzt so lange dagelassen haben. Aber heute kam auch ein Paket zurück. Und zwar Aufstieg der Schatten. Kostet 15,99 Euro. Unterstützt mich gerne in Form meines Creator-Codes. LightSky 10 hier im Fortnite-Item-Shop. Falls ihr euch sowieso irgendwelche Items in Fortnite holt. Egal, ob das die Neuen sind oder ob das die Alten sind. Oder ob ihr euch bei Rett in die Welt was holt. Oder einfach was im Epic Games Store zu finden ist. Kostet raus. Und danke schön für die Unterstützung an alle, die es getan haben oder noch machen werden. Dann wurde auch letztens etwas Neues hinzugefügt, was viele jetzt erstmal nicht beachtet haben. Nämlich die OG-Sounds für die Gebäude aus Kapitel 1. Das ist kein Fehler. Das ist jetzt immer noch im Spiel, wenn man jetzt Stein, Holz oder Metall baut. Dann hört man diese OG-Sounds eben. Oh, der hat ordentlich Schaden bekommen. Wie gesagt, werden diese Sounds auf jeden Fall noch im Spiel bleiben. Falls sich das mit dem nächsten großen Update ändert, werde ich euch informieren. Aber im Moment ist es noch im Spiel verfügbar. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr nice gemacht, weil diese Sounds irgendwie sehr befriedigend sind. Also die hören sich mega nice an. Habe ich schon damals gefeiert. Und apropos Sounds, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. War mir nicht sicher, ob das schon im Spiel verfügbar ist. Ja, wenn man jetzt den, wenn man einen Teammate wiederbelebt, ob gleichzeitig oder alleine, dann geht das auch neue Sounds dazu. Hört sich ein bisschen moderner, ein bisschen fotoristischer an. Also einfach anders als das vorherige. Oh oh, ich bin ja fast gestorben. Seit gestern Abend oder seit gestern Nacht ist es so, dass Version 19.40, was wahrscheinlich das letzte große Update in dieser Season sein wird, auf den Staging-Servern ist und voraussichtlich nächste Woche Dienstag veröffentlicht wird. Mit diesem Update werden wir auch wahrscheinlich erfahren, oder sicherlich erfahren, ob wir überhaupt einen Live-Event in dieser Season bekommen werden oder nicht. Also ich persönlich glaube, dass wir kein Live-Event bekommen werden. Wenn wir eins bekommen sollten, dann wird es ja wahrscheinlich wie in Season 6 ein Solo-Event sein. Also wenn wir in die Season reingehen, dann so ein interaktives Live-Event. Ich hoffe, ich verstehe, was ich meine. Also da haben wir zwei der Nullpunkt-Krise zum Beispiel. Ja, des Weiteren gibt es zuletzt auch noch neue Erdbeben-Informationen. Denn ihr wisst ja, dass seit einigen Tagen die Erdbeben sich von Covered-Kellern wegbewegen oder in eine andere Richtung begeben. Der Grund dafür ist unbekannt, aber es kann daran liegen, dass der Schaden sich einfach erhöht oder größer wird. Und mittlerweile sind die fast an der Brücke angekommen, die in der Nähe von diesem Restaurant ist, links neben Tilted Towers. Bald sollte auch dieser Laden hier links neben Tilted Towers durch diese Erdbeben zerstört werden, damit auch ein Krater entsteht. Jetzt ist bekannt, dass die ungefähr, also wirklich ungefähr, eine Minute bis eine Minute und zehn Sekunden dauern. Und diese Erdbeben passieren auch immer zum Start eines Matches, wenn die erste Sturmzone aufzieht. Also wenn die erste Sturmzone oder das erste Auge des Sturms bestätigt wird, gezeigt wird, dann passieren diese Erdbeben und dauern dann eine Minute bis eine Minute und zehn Sekunden. Diese Erdbeben machen auch 20 Schaden im Radius zu Gebäuden mit jedem Tick während des Wackelns. Also mit dem Wackeln meine ich, wenn eure Kamera wackelt, das ist dieser Wackeln Park oder dieser Shake Part. Deswegen heißen ja auch alle Dateien bezüglich den Erdbeben, beziehungsweise haben den Codenamen Milkshake. Und zu guter Letzt, die entstandenen Risse durch diese Erdbeben werden in jedem Match resettet, also zurückgesetzt, aber sollten eigentlich permanent bleiben oder permanent sein. Das wird aber sehr wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt passieren, also kurz vor Ende der Season, wenn der Laden zum Beispiel links dem Titeltaus zerstört wird, damit auch diese Krater permanent bleiben. Und wirklich zum Schluss gibt es noch zwei neue Animationen für die schon bereits erwähnten Hühnern, die in naher Zukunft aggressiv und Spieler angreifen werden. Also ich habe in den letzten Leaks Videos auch darüber gesprochen, anstatt dass sie dann so nutzlos sein werden oder dass man sie nur tragen kann, werden die dann auch aggressiv sein oder aggressiv werden. Wie das funktionieren soll, ob man sie anschießen soll, damit sie aggressiv werden, mit einem angreifen ist nicht bekannt, das kann ich auch in dieser Stelle nicht sagen. Und eine Sache, die während des Schneidens des Videos online gekommen ist, kommt von Komar und Hypex. Komar hat jetzt bestätigt, dass jetzt nicht unbedingt in Tilted Towers sehr viele Erdbeben und Risse passieren werden oder entstehen werden, sondern eher außerhalb von Tilted Towers. Und genau diese Risse und Erdbeben werden einen gewissen Pfad oder einen gewissen Weg verfolgen, um diese drei Gebäude, die wir aus den Leaks kennen, zu zerstören und dort Krater entstehen zu lassen. Einmal kommt es natürlich von Kabat Kavern, wir sehen den Weg, danach wird es das Restaurant links neben Tilted Towers zerstören, dann geht es in der Nähe von Tilted Towers unten weiter, um auch ein weiteres Haus da zu zerstören und dann geht es auch Richtung Skelett von Monster, aber auch Richtung Außenposten der Sieben, um den Garten dort zu zerstören. Aber wir merken auch oder man sieht auch, dass dieser Pfad, dieser Weg, Tilted Towers mehr oder weniger umkreist, also wirklich mehr oder weniger. Nicht unbedingt, aber es bildet ein U um Tilted Towers und das könnte bedeuten oder bestätigt nochmal, verstärkt die Theorie, dass zum Start der nächsten Season oder einfach bald Tilted Towers sehr stark beschädigt oder komplett zerstört wird oder einfach ein riesiger Krater entsteht. Ja, dass das ein komplett neuer Ort sein wird, wie zum Beispiel mit Stark Industries zu Season 4 von Chapter 2, das ein riesen Haufen quasi mitten in der Map ist. Würde ich feiern, um Ellie zu sein, dass sie nochmal diesen Troll machen, Tilted aus dem Spiel zu entfernen. Und Epic Games arbeitet jetzt an einer neuen mythischen Waffe, die so ähnlich wie die von Wolverine sein wird aus Season 4, Chapter 2. Und zwar hat diese mythische Waffe einmal einen möglichen elektrischen Aufladeangriff, also es hat einen Aufladeangriff, es ist nur wahrscheinlich, dass es ein elektrischer sein wird. Es hat einen geringen Angriffsschaden von 25, einen geringen Angriffsschaden von 50 an Gebäuden, dafür aber einen großen Angriffsschaden von 65 und 250 an Gebäuden. Es hat auch einen Spin-Angriffs-Cooldown, 8 Sekunden, also ich glaube, wenn man sich mit diesem Item gespinnt oder gedreht hat, hat man dann einen 8 Sekunden langen Cooldown. Und es gibt auch bei diesem Item Schubspringen, also man wird dann wahrscheinlich höher springen können. Danke fürs Einschalten, Freunde, ich wünsche euch noch viel Spaß mit der neuen wilden Woche Bogenballerei. Also ich finde, ich habe die Bögen schon damals richtig gefeiert und dass die jetzt auch in Kapitel 3 am Start sind, ist eine mega coole Sache von Epic Games. Lasst ein Like da, wenn das Video euch gefallen hat oder sogar informiert. Und über ein Abo würde ich mich ebenfalls freuen, damit ihr sowieso auch auf dem neuesten Stand bezieht. Ich freue mich, bis zum nächsten Video und ciao.